Noch nie habe ich eine Wette so gerne verloren wie heute, sagte Oberbürgermeister Bertram Hilgen auf dem Harleshäuser Daspel, umringt von massenkostümierter Menschen. Mehr als 2000 dürften das wohl sein, schätzt Hans-Joarim Weickert vom Büro 1100 Jahre Kassel. Damit haben die Harleshäuser die Stadtwette gewonnen. Sie hatten gewettet zum Jubiläum, 1100 Menschen in historischen Kostümen auf die Beine zu bringen. In einem langen und bunten Umzug waren sie gestern Nachmittag durch Harleshausen zur Wiese oberhalb des Freibads gezogen. Dazu gab es feierliches Glockengeläut. Der Stadtteil Harleshausen machte den Auftakt der feiernden Stadtteile. Deshalb dürfen sich die Ossen jetzt als erste in das imposante, mit einem aus Holz geschnitzten Einband versehene goldene Buch der 1100-Jahr-Feier eintragen. Als Zeichen der Verbundenheit übergaben die Harleshäuser an der Stadtoberhaupt einen Ossen, einen Ochsen aus Pappmaschie. Den hatten Harleshäuser Kinder hergestellt. Sie gaben den Gästen auf dem Daspel außerhalb den von Klaus Müller komponierten Ossen-Song zum Besten. Als Verlierer der Wette wird der Oberbürgermeister demnächst wie versprochen Harleshäuser Kindern 200 Grimm-Märschen vorlesen. Dafür werde er sich Verstärkung holen, erklärte er, sonst sei er ja in den nächsten Wochen nur noch mit Vorlesen beschäftigt. Bis zum Abend feierten die Harleshäuser auf dem Daspel mit Musik, Böllerschüssen und Feuerkunst. Daspel mit Musik, Böllerschüssen und Feuerkunst.